servus und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing video hier auf meinem kanal ja es gibt heute die marvel-trilogie beziehungsweise der erste teil davon und das ist von venom wenn im strikes heißt das bild los geht's wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass man es immer falsch rum auspackt und jetzt aber noch mal richtig rum los geht's die Farben sind schon mal geil ja erster eindruck schöne farben das mit der hand ist cool dass sie so struktur hat gefällt mir aber nicht zu hundertprozentig auf den ersten blick farblich und vom detailgrad weil hier gerade in den hand in flächen und wenn man hier mal schaut es gibt viel zu schauen auch von den farben gefällt es mir ganz gut aber insgesamt ist es nicht ganz so überzeugend muss ich auch sagen ich bin mal gespannt wie das in den detailaufnahmen aussieht wenn man sich in ruhe damit beschäftigt auf den ersten blick macht was her aber ist tatsächlich nicht so hundertprozentig mein display muss ich sagen ja und wir haben die nummer alles klar damit entlasse ich euch in die detailaufnahmen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.